Ich bin Christoph Wehrung und Mohlbilder. Ich arbeite mit Kindern, mit Behinderten. Frech oder frach? Frech. Ganz klar und üblich. Seht ihr immer. Oh je! Und redest du, was ist mit deinen Kindern? Ich sattel aber Wurst und ein bisschen Bratstahl. Ich versuche es, aber wir haben da auch ein bisschen Schwierigkeiten. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rosa. Auf mir nicht, aber vielleicht auf meinen Bildern. Was bedeutet das Mälen für dich? Mälen? Freiheit. Elsass oder Grand Est? Elsass. Grand Est ist auf Französisch und Elsass ist auf Elsassisch. Rechts oder links? Links. Schlappen oder Wandercheu? Schlappen. Sandalen. Was? Rimini oder Tirol? Ich habe gar nichts mehr, aber nicht Rimini. Auto oder Velo? Velo. Hast du auch ein Lieblingsfarbe, auf welches das ist? Stumpennigel. Lieber den Fisch oder den Geier? Lieber den Fisch. Also richtig, nur die ganze Flasche halber leert zu sein. Sie wissen, lieber es ist halber voll.